Hallo, hier ist euer Robert Boxachter in der Sektion in der Runde Black Ops 3 auf der PS4. Und ja, mal schauen, ob ich überhaupt das Treffen hier in Harko... Ich hoffe, in der Runde, in der er jetzt hier beitritt, dass das noch keine laufende Runde ist. Na, es geht. Nö, ist zwar relativ ein Roman. Oh nein. Ich hab keine Ahnung, wie lange gehen soll. What? Alter, lass mich doch hier durch. Oh nein. Mach auch immer einen Temper. Und so ab und zu zwischendurch darf man dort. Ist doch zu zweiein. Sind die eigentlich behindert oder so? Weiß noch zu zweiein! Sind die eigentlich behindert oder so? Natürlich töten wir einen Teammate, wieso immer einen Teammate, wieso? Aber nicht campen oder so, ich mache das ja auch die ganze Zeit Natürlich kann man die wieder zu drücken auf mich los, oder? Ist ganz normal Natürlich haben wir einen Doppelabschuss und dann kommt einer von irgendwo ins Nirgendwo oder was Verarschen Kommt der in Spawn, oder? Ja, das ist Kalkan Der Sieg ist in Sicht, weiter so Verbündete Hellstorm unterwegs Genau, erkennt dein Wammami Verbündeter Blitzschlag unterwegs Da hat sich jemand einen Tritt verdient Wuhu Sauberreaktion Vorräte unterwegs Vorräte unterwegs Verbündete Konterdrohne nähert sich Ey, willst du mich verarschen? Wieso rennen die Leute in Gefarschen oder so? Bewegt euch mal! Wenigstens Zweiter Gute Arbeit Das ist äh Positiv, ja Ne, so Leute regen rauf Einfach Ach, ist ja egal Ja, das ist so Aber für eine beigetretene Runde gehts ja noch relativ Ja, würde ich auch einmal sagen Wer fragen und so hat in die Kommentare damit Wer Vorschläge hat für Verbesserungen Einfach in die Kommentare schreiben Wer Bock hat, kann gerne abonnieren Und Faurerisieren Wenn das überhaupt noch geht Und ja Für weitere Informationen Klickt unten in die Infobox Und dort findet ihr links zu irgendwas Und ja, bis dann Das war euer Robobox Bis dann, sonst sieht man Und sieht's euch im nächsten Video Bye, bye Bye.